Renrocks Banda hat sich mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie sich über ihren Plan in Koboldogag sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Ja, ich würde gerne scrollen. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Interessant. Ist die Höhle hell genug? Ist die Höhle hell genug? Passt. Oben drüber gibt es noch einen Höhleneingang. Nutze Roland's Karte. Aber jetzt muss ich ständig hin und her wechseln, ne? Kann ich das nicht auf irgendeinen Shortcut legen? Ich möchte eines Kobolds. Roland. Roland. Hier. So. Vom Tor aus. Verstehe ich nicht. Ich kann halt auch nicht zoomen, ne? Von welchem Tor aus? Von diesem Tor aus? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, lass mich mal ganz kurz was überlegen. Ich hab von irgendeinem Metalltor gesprochen. Ich hab von irgendeinem Metalltor gesprochen. So. Von irgendeinem Metalltor. Es kann auch sein, dass wir von dort nach Norden über den Fluss und dann eher rechts hin. Nach Norden über den Fluss. Ich hab das Gefühl, dass es sogar vielleicht hier nach oben zu gehen hat. Das ist nur Infernus. Das ist nur Infernus. 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 Verstehe ich? Okay. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Kann ich mir hier auf der Karte ne Markierung setzen, dass ich sagen kann, okay das... Darum kümmere ich mich später. Ja. Gut. Das lief besser als gedacht. Von irgendeinem Metalltor aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das da oben meint, aber... Meine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Ach hier. Infernus. Verbring uns. Verbring uns. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Das war ein wilderer Lager. Okay. Die hat ja gesagt, über den Fluss sozusagen und dann auf der linken Seite irgendwo. Eine Felsformation. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlids. Ja, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich will jetzt erstmal... Rollins Karte nutzen. Finger килomit. también teils nuestro€k fantasisientese echter para. Tja... das nahe ranziehen brauche ich jetzt hier nicht. Das hat jetzt was gebracht. Ah, das hat mir was ge... Das hat mir eine neue Ausrüstung gebracht. Ich kann sie halt wegen dem Mantel nicht sehen. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde. Warte mal, ich war hier bei so einer komischen Felsformation. So, und dann bei der Felsformation etwas weiter nach oben. Aber welcher? Hätte ich irgendwann gesagt, dass es hier rum ging? Und dann nach oben. War da ein Haus drin? Ah, nicht so richtig, ne? Warte mal, Richtung Norden. Warum ist man so? So. Richtung Norden und dann westlich. Hier lang? Und dann irgendwo ein Häuschen. auf der nördlichen Seite vom Fluss. Ja, Häuschen, aber kein Metalltor. Gut, das war jetzt geraten. Gut. Das war jetzt geraten. Auch schon wieder so ein Merlin Sting. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Und wenn nicht wissentlich. Dann lass ich mir überlegen. Wir waren hier. Dann hat er gesagt, von irgendeinem Metallgitter. Ich mach's mir einfach. Jetzt machen wir das hier. Da wir jetzt auf dem PC spielen, mach ich's mir einfach. Snipping Tool. Wir. 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 Zippo. So. So. Von hier an. Nördlich. Vom Metalltor aus nördlich über den Fluss. Fluss ist hier. Von einem Metalltor aus. Die Frage ist jetzt. Warte mal. Wenn ich hier schon nördlich vom Fluss war. Theoretisch. Dann müsste das auch irgendwie hier sein. Nördlich vom Fluss, wo der nach oben reist. Reist. So. Erstmal bei einer komischen Ruine. Das ist aber keine Ruine. Ich finde auch dieses scheiß Holz, äh, dieses Gatter nicht. Was zum Geier. Wenn ich wenigstens irgendwo den Startpunkt sehen würde. Wenn er richtig eingezeichnet wäre. Nett, dass das wieder so ein... Irgendwo hat er hier am Fluss nach einer Felsformation gesprochen. Die vielleicht? Hier? Aber ich... Lauf doch falsch. Das müsste dann nördlich von hier sein. Hier weiter. Bis zu so einem komischen Felsen, der aussieht... Den habe ich gefunden. Und dann hier noch... Links oben. Aber kam ich nicht von dort? Hier nach links oben? Okay. Da müsste jetzt irgendwo... Nö. Ich sag ganz ehrlich... Das verstehe ich nicht. Normalerweise müsste das hier sein. Aber das ist keine Höhle. Und hier ist vor allem nicht so ein... Zeltaufschlaglager. Wie man hier... Ja. Sollte vielleicht... Das so machen. Wie man es... Ja. Falscher... Dings... Wie man es hier sieht. Wir waren hier an diesem Fels. Und sind dann direkt hochgegangen. Das Ding zeigt Richtung Norden. Ich mach das bestimmt nicht für immer. Hier ist dieser Felsen. Aber Norden ist in dieser Richtung. Wenn das Norden ist... Da muss ich auf der rechten Seite des Felsens hoch. Hier lang. Und dann hier hin. Und dort soll irgendwo... Und dort soll irgendwo... Ein Dingsbum sein. Eine Hütte. Ist es aber nicht. Hier ist wirklich nur... So eine Gruft. Wenn mich die Gruft jetzt hier hin lockt. Also wenn das wirklich der Fall ist, dann... Fände ich es zwar komisch, aber... Lumos. Okay. Nee, das ist was anderes. Hallo, ich würde gerne... Play Session? Gut. Hat sich gebackt. Ich kann... Nichts mehr machen. Ich kann nicht mal... Irgendwas tun. Oh. Gut. Ganz ein Scheiß von vorne, bitte. Hogwarts Legacy. Ein Spiel, was super funktioniert. Ich habe mir extra die PS5-Version gekauft, damit es funktioniert. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, ich will aber... So, Felsformationen. Hier oben links. Gut. No one though. Achio. 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 Oh! Achio. 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 Gut. Gut. Ich glaube nicht, dass es die Höhle gewesen ist. Aber da habe ich doch die Karte gefunden. Warum sollte die Karte mich wieder zurück zum Ursprungsort locken? Sieht interessant aus. Au. Das war leicht dumm von mir. Ich mache das hier anders. Ja, ich kann mich bewegen. Rahmenlose, getönte Brille. Sollte ich von da starten, bin ich den ganzen Scheiß jetzt rückwärts gelaufen? Aber dort habe ich auch nicht gestartet. Oder war es das hier? Das würde deutlich mehr Sinn ergeben, weil die Karte mich ja theoretisch hier hinführt. Das bedeutet, ich gehe Richtung Westen. Ja. Wer malt denn oben rechts auf der Seite den Startpunkt hin? Dann Richtung Westen, den Fluss entlang. Bis zur... ...komischen Felsformation. Das gefällt mir ganz gut. Felsformation müsste jetzt rechts sein. Hier. Das war dieser Fels, meine ich. Ein krummer Baum. Wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Ach hier. Kotzinklung. Intensiv. Ich bin. Baufällige Turm. Wer muss denn hier irgendwo sein? Auf der anderen Seite des Flusses. Ich habe das Gefühl, dass es da hinten ist. Obwohl der Baum schon gesagt hat, dass wir eine Weile weggehen müssen. Ist das wirklich der baufällige Turm? Also richtig akkurat sind die Karten jetzt nicht. Wie ihr wisst, ist das Schatz. Komm her. Komm her. Ab hier. Geflogen. Perfekter Treffer. Ist das meine lauter Sonne? Protegung. Komm, trinkung. Jetzt ist Schluss mit der Wilderei. War aber kein baufälliger Turm. So, lass mich mal überlegen. Hier vorne war dieser komische krumme Baum. Laut Karte. Hier vorne war ich. Warte mal, wo war denn dieser komische Baum nochmal? Hier die Felsformation. Warte mal. Hier ist dieser Krummbaum. Das bedeutet, ich muss hier den Fluss noch weiter lang gehen. In der Karte steht auch nicht, dass da eine Abzweigung oder so drin ist. Da steht nur was, dass hier in der Nähe ein krummer Baum sein soll. Ich glaube, da hinten habe ich ihn gefunden. Also man hätte auf der Karte ich zeige euch das mal ganz kurz man hätte hier auf der Karte schon reinschreiben können, dass man hier über die Brücke muss und hier noch, ich meine erstens müssen wir das Ding rumdrehen. Gar nicht, nicht. Okay. Ähm. Hier habe ich die Karte bekommen. Hier geht's ran. Okay. Das bedeutet, das müssen wir hier jetzt... Südlich von hier. Dort. Okay. Wahrscheinlich hier. Mal doch erstmal hier. Ja. Guck mal, Ruin von Korro. Ach hier. Was haben wir denn hier? Ja, ich weiß. Aber jetzt müssen wir hier die Burg durch. Was machen wir beim nächsten Mal? Ist eigentlich ein ganz guter... Passt nämlich ganz gut aktuell. Also macht's gut, Leute.